Willkommen zu einer neuen Folge, kümmert euch heute, mein Lieben, ihr fragt euch sicherlich, was ich hier habe und zwar sind das, wie in der Überschrift schon sehen konntet, meine neuen Fadenhalter. Ich habe bei Instagram ein Video gesehen und wollte das unbedingt mal testen, ich habe das in Aktion gesehen und ich habe heute eine Version für euch. Braucht man das, das bleibt euch überlassen. Wie diese Fadenhalter funktionieren, das zeige ich euch gleich. Jetzt zeige ich euch das Ganze aber erstmal in Aktion. Unser Fadenhalter hat ja hier diese kleinen Lücken und durch diese Lücke holst du einfach dein Garn durch. Das heißt, wenn du dein Projekt startest, gehst du hier mit der Nadel durch zwei Lücken und dann ziehen wir uns den Faden einfach durch die Schlaufe durch. Hier liegt jetzt also euer Anfangsfaden, wo wir unser Projekt starten. Jetzt ist es noch wichtig, wie viel Druck braucht ihr. Häkelt ihr eine lockere Arbeit, zum Beispiel mit einem Bobbelgarn oder einem luftigen Schal? Dann könnt ihr den Faden hier nochmal mit dem kleinen Finger fixieren, könnt das Ganze natürlich auch hinten rumlegen. Und jetzt könnt ihr mit eurem Hickelprojekt starten und ihr seht, wie schön der Faden hier durch die Masche kommt und das alles ganz locker. Das Schöne ist, ihr habt halt wirklich keinen Druck auf den Fingern, wie zum Beispiel, wenn ihr den Faden zweimal um den Finger legt, dann rutscht der Faden manchmal nicht. Oder auch bei Amigurumis, wenn die so festhäkelt, dann spannt das so. Wenn ihr aber zum Beispiel auch, ihr habt hier mehrere Lücken, ihr könnt den Faden auch zweimal hier durchführen. Ich müsste das dann jetzt so machen. Ich gehe jetzt hier durch meine nächste Lücke und hole mir das Ganze nochmal die Luftmaschenkette hier durch. So, Faden wieder zurückziehen bis zu unserer Luftmaschenkette. Und jetzt habt ihr wieder ein bisschen mehr Spannung auf der ganzen Sache und häkelt eure Luftmaschen weiter. Und ihr seht schon, dass es jetzt natürlich auch ein bisschen fester ist und die Maschen etwas enger werden. Das könnt ihr natürlich alles machen, handhaben, wie ihr wollt. Aber ich wollte euch diese Variante einfach mal zeigen, weil ich sie ganz cool finde, wenn man einfach so ein bisschen gehandicapt ist und den Faden um den Finger legt. Braucht man das, das bleibt euch überlassen. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Sache, wer zum Beispiel nicht damit klarkommt, wenn der Faden so fest um den Finger liegt. Du kannst natürlich auch einen kleineren Fadenhalter häkeln, dann legst du ihn hier oben über deinen Finger. Das kannst du natürlich auch machen. Ich fand das hinten aber ganz praktisch, weil da ein bisschen mehr Halt hat. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Ich habe meinen Fadenhalter mit Baumwolle gehäkelt, weil das ist schön feines Garn, sehr fest. Aber du kannst es halt auch heiß waschen und deswegen auch hygienisch. Dann ist natürlich noch wichtig, wie dick du ihn machst, kommt natürlich auf deine Breite des Fingers an. Ich habe hier unten so kleine Würstchen dran, deswegen brauche ich noch ein paar mehr Luftmaschen. Ich nehme mir also meine Baumwolle. Ich habe hier eine Häkelnadel in der Stärke 2,5. Und als erstes müssen wir eine Luftmaschenkette häkeln, die natürlich schön angenehm an deinem Finger sitzt. Hier kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie fest du häkelst. Ich habe jetzt schon ein paar Gehege, das heißt ich schlage jetzt 15 Luftmaschen an. Dann lege ich das Ganze mal mit dem Finger, schaue mir das Ganze an. Es sollte natürlich ein bisschen Spannung sein, damit euch der Fadenhalter nicht vom Finger rutscht. Jetzt stechen wir in die erste Masche und verschließen das Ganze mit einer Kettmasche zu einem Ring. Jetzt häkelst du in jede Masche, in meinem Fall 14 Maschen, eine feste Masche. Die komplette Runde, bis du wieder hier vorne an deinem runden Anfang angekommen bist. Bei dir können das natürlich auch nur 12 Maschen sein. Oder wenn du etwas dickere Fingerglieder hast, dann brauchst du natürlich ein paar mehr Luftmaschen am Anfang. Aber das kannst du ja ganz schnell häkeln, ist wirklich ein super einfaches Projekt. Und ich häkle jetzt die Runde bis zum runden Anfang fertig mit meinen festen Maschen. Ich bin jetzt einmal rum, häkle in meine erste Masche eine Kettmasche, um die Runde abzuschließen. Und jetzt geht es weiter mit Runde 2. Ich möchte den etwas breiter haben, deswegen häkle ich jetzt noch einmal in alle 14 Maschen eine feste Masche. Wenn du jetzt schmalere Fingerglieder hast, dann reicht natürlich auch eine Runde feste Maschen. Ich fand es optisch aber ein bisschen schöner, deswegen habe ich mich für zwei Runden entschieden. Das mache ich wieder bis zu meinem runden Anfang. Ich bin an meiner letzten Masche angekommen, häkle in die nächste Masche wieder meine Kettmasche und bin mit der nächsten Runde fertig. Jetzt kommt die dritte Runde. In der dritten Runde häkeln wir jetzt unser Stäbchenmuster. Das heißt, wir starten mit zwei Luftmaschen. Jetzt häkeln wir ins hintere Maschenglied und wir häkeln immer halbe Stäbchen. Du kannst natürlich auch wahlweise in beide Maschenglieder häkeln. Ich häkle aber ins hintere Maschenglied, damit man hier so ein bisschen optisch einfach so einen Reiz hat und das ein bisschen schöner aussieht. Dann häkelst du eine Luftmasche, überspringst eine Masche, häkelst wieder zwei halbe Stäbchen. Hier natürlich ein bisschen vorsichtig, damit ihr die Masche nicht so ausleiert und noch ein halbes Stäbchen. Eine Luftmasche, arbeiten, ein bisschen drehen, eine Masche überspringen. Zwei Stäbchen häkeln, zwei halbe Stäbchen häkeln. So. Ich werde jetzt hier wieder an meinem runden Anfang angekommen. Ich häkle jetzt meine letzte Luftmasche, stehe hier in die zweite Luftmasche vom runden Anfang ein, häkle dort ins hintere Maschenglied eine Kettenmasche. Jetzt häkle zu einer Luftmasche und jetzt wieder ins hintere Maschenglied eine runde feste Maschen. Also bei mir sind es natürlich 14 Maschen. Hier drauf achten, über das Stäbchen und natürlich auch über die Luftmasche eine feste Masche zu häkeln. Die komplette Runde. So, letzte Masche. Und jetzt wieder eine Kettenmasche. In die erste Masche. Eine Luftmasche. Und jetzt nochmal eine komplette Runde feste Maschen in beide Maschenglieder. Und dann sind wir auch schon fertig, vernähen den Endfaden und gut ist. So, ich häkle das jetzt fertig, vernähe die Endfäden und dann sehen wir uns wieder. Und fertig ist mein Fadenhalter. Ich schiebe den jetzt mal hier auf den Finger und ihr seht, es geht ein bisschen schwer, aber das ist nicht schlimm, weil er soll ja auch, wie gesagt, halten und ihr seht, er hält richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeitkanals freuen. Teilt das Video gerne mit eurem Freunden und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer Tutorials. Und jetzt bis zum nächsten Mal.